Willkommen zu einer Runde, Timolia 101's. Diesen Titel habe ich schon noch verwendet, ein Experiment. Tatsächlich liebe ich es auch so in Sachen Hardware ein bisschen rum zu experimentieren. Und ja, dementsprechend wird das jetzt die nächste Runde von dem Experiment. Und das war jetzt so dumm. So, und nächste Runde, neues Glück. Und der Typ ist erstmal auf K. Und ah, du schießt mich mit dem Bogen ab, der keinen Damage macht. Du hast es verstanden, Jung. Naja, also das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht so lange und das wird jetzt auch nicht krank editiert sein. Sondern mehr so wie früher irgendwas Quickes. Ähm, bin ich der Einzige, der das ein bisschen komisch findet, wie der fliegt. Und tschüssi. Ähm. Ja, schön. By the way, dieses Experiment könnte interessant sein für Deti. Also, Deti, falls du das siehst, ich werde dir wahrscheinlich auch noch auf Discord schreiben. Alter, oh und so. Alter, was wird das jetzt, wenn es fertig ist am Ende? Jetzt so meine Frage an der Stelle. Hä? Du bleib. Was wird es? Ja, tschüss. Oh, lol. Was ein dreckiger Lacker. Sag mal, bis der sich wieder voll gehielt hat, soll ich ihn dann doch bekommen haben. Vor allen Dingen, wenn er so gern ruft. Also, falls du weißt, was das Experiment ist, Deti, dann schreib mir doch echt gerne mal. Und die anderen können natürlich auch mitraten. Das ist natürlich nicht verboten. Boah, wir schießen uns gerade beide mit dem Bogen ab, der keinen Damage macht. Nice. Manchmal hätte ich echt gerne eine EP in meinem Kit drin. Ich habe heute mal wieder die Endgame-Sounds aus, damit ich Musik hören kann. Und hört unbedingt das neue Avicii-Algium. Das ist, äh, der heilige Auftrag des Tages. Alles klar, der Typ. Der Typ hat, hat er angemacht. Also, ich sag mal, so, die Hits, die sind, äh, etwas unlegit offengestanden. Also, wenn ihr wollt, dass der kleine Hohensohn gebannt wird und ein Aids stirbt, äh, schreibt das doch bitte in die Kommentare. Falls ihr wisst, was das Experiment ist, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Schaut gerne auf meinem Twitch vorbei. Bis denn. Ciao.